Willkommen zur nächsten Folge von Bully Bridge, in der letzten Folge war haben wir das hier gebaut, ja, und das ist ganz schön krass und wir haben es auch immer nicht hinbekommen, die so zu machen, dass die nicht einbricht. Und Ähm... So, da wird Havis. Ich hab das mal so gebaut, aber ich glaube, es bringt uns jetzt ineinander. Nicht? Nicht ausgelastet. Fällt mir so auf, ne? Perfekt. Danke. A, B, C, D, E. Gut. 28.000, okay, zuerst das Auto, dann die Hydrauliken, dann das Schiff, dann D und dann E. Ja, okay, also A, naja, okay, gut, hab verstanden. Perfekt. Ich hab mir nämlich schon gedacht, dass die nur bis dahin reichen. Aber ich würde sagen, ich mach das so, dass ich jetzt Blitzbeuntin mach. Und jetzt die Hydraulik, dann hier hin. so, und dann lass ich das einfangen. War schon richtig? Okay, gut. Dann sollte das um 50% eingefangen sein, soll es ungefähr so sein, vielleicht so, ja, das wird schon gehen. Glaube ich. Hoffe ich. Ähm. Und das stabilisiere ich dann mit Stahl. Ah. Das ist nur zwei verfügbar. Geschafft. Ja. Mehr oder weniger. Sollte passen. Zwerg. Oh Scheiße. Stimmt, befällt dir zuerst A drüber. Neil. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ehга. Oh Scheiße. Oh awesome. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020